Das Leben findet immer in dir statt. Alles, was du siehst, was du wahrnimmst, ist immer in dir. Du fühlst deine Gefühle in dir, du denkst deine Gedanken in dir, du nimmst alles wahr. Selbst, wenn ich jetzt hingehe, diese Wand anfasse, dann merke ich, die ist rau, die ist trocken, die ist steinig, sandig. Das merke ich aber nicht an der Wand, sondern mein Gehirn interpretiert es, weil meine Sensoren in der Hand melden das an mein Gehirn. Mein Gehirn interpretiert es aus Erfahrungen von früher. Deswegen nehmen zum Beispiel Kinder, Babys immer sehr viele Sachen in den Mund, weil hier so viele Nervenzellen sind, dass sie dadurch lernen, das Ganze einzuordnen. Also es landet am Gehirn, das Gehirn ordnet es ein, kategorisiert es und interpretiert es dann. Das ist die Aufgabe von unserem Gehirn. Es interpretiert unsere Umwelt, was wir über unsere Sinnesorgane aufnehmen. Ein wunderbares Beispiel ist auch, du siehst mich nicht durch den Laptop, du siehst mich nicht da draußen, sondern du siehst mich in dir drin. Jedes Objekt reflektiert Licht. Dieses Licht geht in deine Augen, kreuzt, landet hinten, sogar verkehrt herum und dein Gehirn bringt es dann wieder in die richtige Position, sodass du dich in dieser Welt gut zurecht findest. Also alles, was du im Leben erlebst, ist immer in dir. Wenn du das erkennst, dann bist du schon mal einen großen Schritt weiter als 99% der Menschheit, die glauben, das Leben findet da draußen statt und das Leben ist das, was mir Schlechtes tut und so weiter und so fort. Du schiebst dann die Schuld auch nicht länger nach außen, sondern du übernimmst Verantwortung und kannst damit noch kraftvoller Freiheit, Selbstbestimmung und dein Leben kreieren. Und du kannst damit noch kraftvoller Freiheit und Selbstbestimmung leben und dein Leben, wie du es willst, deinen Wunsch-Lebens-Stil kreieren. Also, das Leben findet immer in dir statt, Nummer 1. Und du kannst noch kraftvoller Freiheit, sonst die Wahrheit.